Drahtstrecken ist eine Kunst. So eine schnelle Drahtstreckmaschine haben Sie noch nie gesehen. Telgisan stellt vier Arten von Spiraldrahtstreckmaschinen her. Es funktioniert mit einem doppelten Maschendrahtsystem. Diese Drahtmaschinen sind entsprechend den Breitenabmessungen geformt. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das Drahtgewebe herstellt oder planen, in diesen Sektor einzusteigen, stehen Sie vor einer Maschine, die Ihrem Unternehmen einen Mehrwert verleiht. Unsere Maschinen können 2 Meter bis 6 Meter breite Maschendrahtmaschen von 40 Millimeter bis 85 Millimeter produzieren. Sie können Maschendraht zwischen 4 cm und 8,5 cm Maschenweite stricken. Können die Einstellungen in Bezug auf das herzustellende Drahtgeflecht einfach über das Bedienfeld anpassen, das das vollautomatische System verwaltet, sich zurücklehnen und beobachten, dass die Maschine die Produktion standardmäßig und schnell durchführt, indem sie von selbst arbeitet. Sie hat eine Strickkapazität von 160 Meter Kare pro Stunde. Breiten- und Höhenmessungen werden auf dem Touchscreen ausgewählt. Am Ende des Auftrags am Bedienfeld einstellen Die Maschine stoppt automatisch und gibt einen Alarm aus. Es gibt drei separate Stopp-Systeme im Falle einer Drahtverwecklung. Die Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine wird mit dem Geschwindigkeitseinstellknopf eingestellt. Es lässt sich leicht mit manuellen, Haltmanüllen und automatischen Optionen einstellen. Durch Bereitstellung eines Fernzugriffs auf die Maschinen können Probleme erkannt und neu programmiert werden. Auf beiden Seiten der Maschinen befindet sich eine Schneckenvorrichtung. Optional kann die Produktion mit doppelseitiger Schnecke erfolgen. Da der gestrickte Draht am Ausgang der Maschine gerollt wird, kann er an den Kunden übergeben werden. Dank des Kühlsystems und der einstellbaren Steuerung kann die Maschine 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche betrieben werden. Sie können dieser Maschine in vielen Ländern der Welt begegnen. Wir laden Sie ein, mit dieser Maschine zu produzieren.